Moins in Magas und Margarinen Heute mal ein bisschen anderes Video Hat ein bisschen was mit Simracing zu tun Und mit Hardware Und ich würde euch gerne auf die Reise nehmen Wie ich hier meinen ganzen Sound Verbastelt und verbaut habe Damit es so ist wie im Stream Aber bevor es los geht Ihr wisst wie der Hase läuft Intro Über die letzten Jahre Habe ich ziemlich viel Technik in meinem Büro verbaut Und würde schon mal Sagen Dass der ein oder andere Taler da schon reingeflossen ist Und die ein oder andere schlaflose Nacht Aber Ich bin sehr zufrieden mit dem Was ich mir mittlerweile gebaut habe Möchte auch vorher nochmal deklarieren Es gibt auch Mittel und Wege Das anders umzusetzen Und ich würde euch gerne mal Mit auf die Reise nehmen Wie ich das hier an meinem Simracing Rig Spezifisch gemacht habe Dass ich alles regeln kann Und dazu Zeige ich euch erstmal Das hier Und jetzt wird der ein oder andere Wahrscheinlich schon mal gleich große Augen machen Weil hier eine Menge passiert Nicht nur flackernde Lichter Und springende Linien Ne, hier ist auch eine ganz große Menge Auf dem Bildschirm zu sehen Was wir hier sehen Ist die Oberfläche von meinem Mischpult Das ist ein Soundcraft UI24R Das ist ein Jetzt müsste ich überlegen 24 Kanal Mixer Ne Ich glaube sogar mehr Es sind auf jeden Fall Eine Menge Menge, 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 Menge Menge Buchsen Knöpfe Öffnungen Sachen die man ranstecken kann Und ich habe es fast geschafft Das Ding voll zu machen Und ich habe für meinen Streaming PC Einen ganz besonderen Weg gesucht Denn ich habe das hier Für mich selber so gemacht Dass ich jegliche Soundquellen Extra ansteuern kann Wie zum Beispiel Mein TeamSpeak Mein Discord Mein Crew Chief Den Gamesound Und dann kommt der ganze Rest Von da drüben Auch noch mit hierher Dass ich den steuern kann Ich habe hier oben mal Für euch ein Bild eingeblendet Das ist mein Soundtrack Dort könnt ihr unten Die silbernen Geräte sehen Das sind meine Kompressoren Die sind für meine Mikrofone Ich habe ja zweimal So ein Headset Marke Eigenbau Mit einem Bayer Dynamics dran Und mein Corsair HS50 Das findet ihr auch Im Hardware Sheet Wenn ihr da gucken wollt Das ganze habe ich hier Mit Sekundenkleber angebaut Und einer 3D gedruckten Halterung Von einem ModMic Also es ist ein Nachbau Und da steckt dieses Mikrofon drin Mit ein bisschen Isolationstape Weil das ModMic Normalerweise größer ist Damit das hier drin hält Und sich nicht mehr bewegt Und das ist jetzt hier vorne Bei RA Racing Mik Könnt ihr das hier sehen Wie das eingespeist wird Das geht sozusagen In den Kompressor Dann ins Mischpult Und vom Mischpult Dann hierher Also hier auf dem Boden Neben mir liegen Zwei Kabel Einmal Klinke für die Kopfhörer Und einmal XLR Und das geht Da hinten Wie ihr auf dem Bild gesehen habt In den Ton dann rein So Jetzt kommen wir zu dem Punkt Wo wir hier dran arbeiten Weil hier haben wir nur An dem Computer Ein Kabel Denn in meinen anderen Beiden Computern Habe ich jeweils noch Eine extra Soundkarte Eingebaut Dass ich dort Auch nochmal alles Auftrennen kann Das heißt aber Dass ich an den anderen Computern Nur zwei Soundquellen habe Das ist schon ein bisschen Überholt Weil mittlerweile Gibt es den Windows Soundmanager Glaube ich Könnte man dazu sagen Wo man das auch noch Aufteilen kann Man könnte das Mit dem Stream Deck machen Es gibt unzählige Wege Ich benutze das so Weil mir das gute Dienste geleistet hat Aber hier Regle ich das Über ein Kabel Am Computer Und das läuft Über USB Denn man kann Dieses Mischpult Auch über USB An einen PC Anschließen Und hat sehr viele Audiokanäle Das möchte ich euch Mal ganz kurz zeigen Hier Und zwar Eine ganze Ganze Menge Man kann hier Sehr viel scrollen Bis wir bei 32 Kanälen Angekommen sind Die haben wir sowohl Raus Als auch rein Das heißt Wenn wir jetzt hier Bei Aufnahme gucken Haben wir genau Dasselbe Also dort haben wir Auch nochmal 32 Kanäle Die wir verbauen können Ich mache jetzt mal Die aus Die ich nicht benutze Und da komme ich Auf diese vier Die Zahlen sind Für euch jetzt Vielleicht im ersten Moment etwas weird Aber das kann ich Euch auch nochmal Erklären Wenn wir uns hier oben In die Übersicht begeben Für das Patchen Und hier können wir Die normalen Kanäle sehen Die da drüben Benutzt werden Also physisch Da sieht man auch Dass man hier An der Seite Ist auch Am Gaming PC Sind zwei Zwei Quellen dran Einmal der Gaming PC Und das Voice Damit ich da drüben auch Die Den Sound hoch Und runter regeln kann Wenn ich mit jemandem spreche Und An meinem Computer Generell auch Wenn ich irgendwas spiele Plus Dass ich hier auch Am Streaming PC Das ist jetzt hier unten Da müsste ich Einmal ganz kurz Verschwinden Da kann man auch sehen Dass ich den Streaming PC Einmal dran habe Als auch eine zweite Quelle Das ist aber nur Für mich Backup Falls mal Irgendwas ausfällt Am Streaming PC Habe ich das mit einem Stream Deck Geregelt Dort wird das auch Nochmal alles Extra aufgeteilt Das könnt ihr aber In meiner Stream Deck Review sehen So Jetzt wollen wir uns Aber hier um den PC kümmern Und zwar den Racing PC Und der läuft Wie gesagt Über ein Kabel Über USB Und wie ich euch Gerade gezeigt habe Kann man hier sehen Dass ich dort Die ganzen Kanäle habe Also ich benutze 23, 24 27, 28 29, 30 31, 32 Das liegt daran Dass ich am Mischpult Wie ihr im Bild gesehen habt Sind das die Buchsen Die noch frei waren Ich musste ein bisschen Rumfiddeln An den Buchsen Aufgrund von Kabeln Die rechts und links Hinter das Mischpult gehen Und eins war ein bisschen kurz Das andere war ein bisschen lang Und dann waren die halt frei Und so kann man jetzt hier Zum Beispiel sehen Hier ist Kanal 23, 24 Und den habe ich jetzt Belegt mit Racing Crew Also Racing ist halt Mein Racing PC Und Crew bedeutet Crew Chief 27, 28 Ist mein ganz normaler Audio Also da läuft dann alles drüber Meine Spiele Und You get the gist YouTube etc. PP 29, 30 Kann man hier auch sehen Das ist mein Teamspeak Und 31, 32 Ist mein Discord Also hier kann man das Sehr schön optisch sehen Wo die Kanäle hingehen Und wie man das dann An der Stelle nutzen kann Wie das jetzt aussieht Im Programm Kann ich euch mal Kann ich euch jetzt mal zeigen Wenn wir Hier hingehen Das ist Crew Chief Das ist einfach nur ein Ansager Der nebenbei Die ganzen Ansagen tätig Wer die schnellste Runde Gefahren ist Ob einer neben dir ist Etc. PP Das ist für viele Spiele Vorhanden Das kann man ja hier sehen Wenn wir das jetzt mal stoppen Und wieder anmachen Dann werdet ihr jetzt gleich Hier unten Auf der Crew Chief Lane Oder Line sehen Also diese hier Dass dort ein Sound kommt Und den Sound kann ich Immer lauter und leiser machen Wie ich möchte Also ich könnte das jetzt Von hier regeln Ich habe hier nebendran Ein Tablet hängen Das geht auch über das Tablet Ich könnte das da drüben machen Am PC Überall wo ich LAN habe Oder Zugriff auf WLAN Kann ich das hier bedienen Jetzt wird sich der ein oder andere Wahrscheinlich fragen Aber Was sind denn hier diese Gelben Geschichten Und da haben wir hier eins Was hier so ein bisschen Die ganze Zeit am rumtanzen ist Und noch eins Was hier die ganze Zeit Am rumtanzen ist Und das ist ziemlich simpel Das ist mehr so ein Quality of Life Ding Für A mich Und B für euch Und zwar habe ich das so geregelt Dass mein Mikrofon Also sowohl das Als auch das da drüben An alle Geräte In diesem Haus Versendet wird Das heißt ich könnte mich Jetzt hier hinsetzen Und mit dir an dem Computer reden Ich könnte mich da hinsetzen Und hier reden Oder wenn beide Mikrofone an sind Geht das in Allen Voice Programmen Oder egal wo du das Mikrofon brauchst Gehen beide Mikrofone Das nennt sich Auxent Das haben so gut wie fast alle Mischpulte Und Können auch Manchmal FXent heißen Das heißt Wenn ihr beispielsweise Da draußen zwei Computer besitzt Sucht mal auf eurem Mischpult Ob ihr ein FXent habt Oder ein Auxent Das müsste dann auch Irgendwann so ein kleiner Dreh Müsste so ein Drehregler sein Und darüber könnt ihr Über ein Kabel Das an den anderen Computer Anschließen Vergesst bitte nicht Mikrofone werden In Mikrofone werden An PCs Immer Mono erkannt Das heißt ihr müsst dann nicht In Stereo reingehen Sondern Mono reicht dann auch Weil Windows Als auch Teamspeak Und Discord Die machen dann irgendwann Stereo draus So Wenn wir jetzt also hier mal zu Mic to PC gehen Ist hier genau dasselbe Warum ist das jetzt Äh 7 Weil ich da hinten Einfach an die 7 rangegangen bin Weil das Kabel da Am besten ran passte Und Somit ist das also Hier Jetzt können wir also sehen Dass mein Racing Mikrofon Über dieses Kabel An sowohl Den Computer geht Als auch an diesen Computer Wenn wir jetzt Das hier mal kontrollieren Hier ist die 910 Warum auch immer Frag mich nicht Äh Das habe ich noch nicht Rausgefunden Warum das hier 910 ist Wenn wir hier auf der 7 sind Aber auf der 910 Äh Kommt das an Was ankommen soll Und das ist Über USB Dann hier An die anderen Computer Geht das alles Mit einem physischen Kabel Des Weiteren Wenn wir jetzt mal Nochmal wieder alles anmachen Dass wir das sehen können Und zurück in Äh Die AUX Einstellung gehen Können wir hier sehen Dass beide Mikrofone an sind Also sowohl das Gaming Mikrofon Als auch das Racing Mikrofon Das heißt Wenn wir da drüben jetzt Beispielsweise Mal klatschen Seht ihr Gehen beide Mikrofone an Also Das Mikrofon erkennt das auch Hier ist noch ein anderes drin Äh Das hatte ich Letztes Mal dran Als die Jungs zu Besuch waren Äh Oder ich Besuch hatte Und wir zu dritt In diesem Raum saßen Und alle hatten das Mikrofon Alle konnten über TeamSpeak reden Und dafür ist das in dem Moment Dann da gewesen Jetzt habe ich mir noch So ein Quality of Life Feature eingebaut Und das nennt sich Endo Voice Dafür müssen wir jetzt nochmal Hier schnell in die View Gruppe gehen Dass wir das sehen Dass alles weg ist Und in der View Gruppe Könnt ihr sehen Dass hier beispielsweise Discord an ist Alles andere Könnte man hier theoretisch Muten wenn man möchte Es steht zwar Auf Null Aber wir können das ja Jetzt mal machen Äh Einfach nur Für den inneren Monk Was das jetzt Äh Macht es Timlich simpel Ich habe jetzt also Von meinem Mischpult Ein Kabel gezogen Von Äh Diesem Aux Und Dieses Kabel Geht zurück An meinen Streaming PC Das läuft Über Klinke Das geht an Den Normalen Mikrofoneingang Meiner Soundkarte Und Darüber kommt Discord jetzt Dort unten an An meinem Streaming PC Was bedeutet Wenn ich beispielsweise In den Endo Rennen fahre Äh Kann ich für mich selber Wenn ich zurückgehe Höre ich alles das hier Also alles das Was hier Äh Vorne drin ist Höre ich Das heißt Wenn ich jetzt hier Discord muten würde Dann höre ich Discord Nicht mehr Ihr aber Hört über Diesen Kanal Also dieses Racing Discord Im Auxen Hört ihr Beispielsweise Im Stream Immer Die Jungs Also wenn irgendwer Am quatschen ist Könnt ihr die hören Ich höre die nicht Bei mir im OBS Sind das auch Zwei verschiedene Spuren Ne Also diese Spur Die jetzt gerade redet Also der Main Input Oder Main Output Vom Mischpult Den hört ihr Das heißt Racing Sound Mich reden TeamSpeak Etc PP Aber Discord Höre ich nicht Aber ihr Und das ist für mich So ein super schönes Quality of Life Feature Denn Das macht die Sache Ganz angenehm Dass die Leute Nebenbei quatschen können Und ihr halt auch Ne Unterhaltung habt Während ich halt Ne Stunde Nichts sage Dann habe ich mir Noch ein weiteres Quality of Life Feature Eingebauen Das könnt ihr jetzt Wenn ihr nochmal Hier auf das Bild guckt Seht ihr da unten So ein kleines Schwarzes Ding Mit ganz vielen Drehregeln Das ist mein Verteiler Für die Kopfhörer Das heißt Ich habe die Möglichkeit Fünf paar Kopfhörer An dieses Gerät Anzuschließen Und habe auch Die Möglichkeit In diesem Gerät Fünf verschiedene Stellungen Einzunehmen Oder fünf verschiedene Eingaben Die da reinkommen Das heißt also Mein Main Output Also alles das Was ihr im Stream hört Kann ich auch hören Auf der 1 Und auf der 2 Habe ich nochmal Über ein AUX Kabel Das sind Zweimal Klinke Ne Stimmt gar nicht Von XLR auf Klinke Gehe ich dann Dieses Gerät rein Das heißt wir haben Auf der 1 Kommt die Eingabe rein Für Den Stream Also alles Main Output Und auf der 2 Kommt die Kopfhörer an Und die Kopfhörer Machen Ganz einfach Nur Das Was der Main Output Auch macht Aber Mit der Prämisse Dass ich auch hier Wieder die Möglichkeit Hätte Ja Wenn ich jetzt Hier hingehe Und sage Ich möchte Mein Macbook Muten Was Für mich Immer Musik Abspielt Und ich möchte Einfach mal Einen Tag lang Irgendwelches Geballer hören Was ich aber Im Stream Nicht ablaufen Lassen kann Oder ich möchte Beim Autofahren Musik hören Und ihr sollt das Nicht hören Kann ich das Hier muten Weil ihr Im Stream hört Den Main Output Und ich Kann aber Den Kopfhörer Beispielsweise Hören Das heißt Hier drinnen Wird jetzt Das Macbook Nicht gemutet Das heißt Bei mir läuft Musik Und bei euch Läuft keine Musik Und genau Deswegen Bin ich Persönlich Ein riesiger Fan Von diesem Mischpult Weil ich Genau diese Sachen Umsetzen kann Und damit Durchaus Weniger Probleme Habe Weil ich Super Super Wenig Software Benutzen Muss Und mich Wirklich Auf Kabel Verlassen Kann Das heißt Wenn irgendwo Mal irgendwo Was ist Oder ich Hab einen Ausschlag Kann ich Ein Kabel Austauschen Kann gucken Ob da Irgendwas Drauf Liegt Muss Mich Nicht Auf Software Updates Irgendwie Sag ich Mal Verlassen Sondern ich Habe Ganz Einfach Die Möglichkeit Alles Über Dieses Gerät Zu Machen An einem Sitz Ich Würde Jetzt Mal Davon Absehen Euch Das Zu Empfehlen Für Einen einzigen Computer Also Wenn Ihr Jetzt Nicht Unbedingt Streamer Sein Und Ihr Habt Zwei Computer Oder Ein paar Mehr Komponenten Ist Das Schon Ein bisschen Overkill Ich Glaube Der Letzte Preis Den Ich Im Kann Das Definitiv Auch Anders Lösen Mit Kleinigeren Geräten Ich Müsste Aber Dazusagen Wenn Ihr Euch Von Soundcraft Ein Kleinigeres Gerät Kauft Hat Das Nicht Die Funktion Das Über Us Das Geht Nur In Der Großen Version In Der 24 Das Heißt Also Falls Ihr Lust Dazu Habt Müsst Ihr In Den Sauren Apfel Beißen Und Auch Dieses Gerät Dazu Kaufen Ansonsten Ist Das Genau Der Weg Wie Ich Hier Mein Sound Benutze An Diesem Computer Ich Hoffe Euch Hat Das Ein Bisschen Spaß Gemacht Wenn Ihr Dazu Noch Fragen Habt Könnt Ihr Das Gerne In Die Kommentare Schreiben Ihr Könnt Euch Auch Gerne Alles Andere Was Hier Sich Befindet An Diesem Gerät Oder Was Verbaut Wurde Könnt Ihr Euch Wünschen Und Ich Erkläre Euch Das Super Gerne Ich Hab Da Sehr viel Spaß dran Für mich Ist Das Natürlich Immer sehr Trivial Weil Ich Das Seit Vielen Jahren Mache Kann Aber auch Definitiv Nachvollziehen Wenn Andere Menschen Dazu Fragen Haben Und Ich Mache Euch Super Gerne Video Dazu Und Erkläre Euch Das Vielen Dank Für Eure Aufmerksamkeit Es Hat Mich Sehr Gefreut Dass Du Dir Dieses Video Angesehen Hast Ich Würde Mich Sehr Freuen Wenn Du